Hallo meine Bros, in diesem Video habe ich den fünften Solo-Victory-Bruch-Cup in dieser Season gespielt. Ja, und Ziel war es mal wieder sich zu qualen und natürlich auch das Brot nach Hause zu holen und vielleicht auch mal Earnings zu holen. Also das, was ich einfach noch nie geschafft habe. Und wie diese ganze Mission verlaufen ist, werdet ihr in diesem Video sehen. Am Anfang des Videos seht ihr erstmal die Opens, wo sich die Top 11 von 500 qualmt. Und wenn ich mich für die Finals qualmt, seht ihr auch direkt die... ja doch, die Finals in dem Video. Earnings kriegt man in den Finals, wenn man einen Win einfach holt. Und ja, wenn ihr solche Cups auch einfach mal live sehen wollt, checkt unbedingt meinen Twitch-Kanal aus. Link dazu ist in der Beschreibung und ich würde sagen, ich labere auch gar nicht mehr. Also viel, viel Spaß mit dem Video. Was ist der da hackt? Ich komme! Das leckt so krass, ihr wisst nicht, ne? Ja. Kräckt! Mantel! What the... What the fuck, bro? Oder ich werde einfach da wie Kiet. Er wird eh jetzt gleich irgendeinen Fehler machen. Also er hat die müthliche MP, er will jumpen, dann bin ich. Oh mein Gott Junge! Oh mein Gott! Geht nicht ohne Rüber! Oh mein Gott! 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 Geht fast gar nicht höher! Oh mein Gott! 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 Irgendwann grieft ich schonmal, da kann ich late vielleicht schon. The back moving, pop offing maybe, maybe came on with pop off, maybe. The back moving, pop offing maybe. The back moving, pop offing maybe. The back moving, pop offing maybe. Oh, we first. What? 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 Okay. What? Das heißt Positioning und Holz. Wohin gehts? Ab wann? Till? Ich hebe ab. Nix hält mich am Boden. Und oben? Ich kommentiere dann kann ich besser spielen. Warte da hoch, High Ground. Nix High Ground. Nix High Ground. Johnny hat ja so einen Shot gemisst. Aber egal. Kann ich refarmen? Refarmen? Sehr gut Niklas! Ja komm, er hat. Ich bin so am kochen grad. Ich bin so am kochen grad. Ich hab einen Lama gefunden, sonst wäre ich Tote hier. Wow! Alter, chill. 100. Ich bin gut. Chill, 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 chill. Okay, back. Ich bin so am kochen. Ich bin so am kochen. Ich bin so am kochen. Mann! Ich hab W, Keith. Gut Glück, Bro. Na ja, er hat Bump. Das ist over, Bro. In der R. Chill, 1 HP. Hab ihn. Strong, Bro. Ich bin hier. 1 HP. Ja, bin tot, Bro. Er jumpt. Ah, er kriegt halt durch. 79er. Ah, ich bin hier. Okay, okay, okay. Guck, der der passt. Wollte das bisschen Arsch. Egal. Okay, jetzt ist eigentlich nur auf dem Sand. Ich bin schon mal safe, glaube ich. Okay, okay. Das wird's Kraft. Vorgang. Oh. 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 Ja Bruder, ADS Die fette Sauer. Ich habe die Münze mitgenommen. Geil. 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 Bruder, mythische Pump. Ab an. Immer Finals, Bruder. Ja, jetzt kommt der. Er kommt nicht da. Wir kriegen, Bruder. Der ist wirklich seine Mutter. Still. Oh mein Gott. Bin so totgefickt. Still, habe ich nur eine AP? Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Junge. Mich doch am Arsch. Alter, Junge. Das hat mich hier zum Gemetzler. Warte mal ein Edit. Okay. Ich gewinne, ich gewinne. Still, bleibt mir guckbar. Wir haben kochen. Ich warte mal. Ich warte mal. Ich warte mal. Ist das? Warte mal. Ich sitze. Ja, wir connecten, schnausern, alles, komm doch. Noch einhalten. Bitte einmal, einfach drauf fassen. Du weinst auf einen, ich bin tot. oder nein oder nein der mann der immer wieder unter normal bin tot bruder ich um die hacker glaube ich mir sicher halt findet aber wenn ich mir diesen weihnachtsgrenzen weihnachtsgrenzen da hättet auch alles durch nichts machen oder soll ich tun ich bin tot bruder dann einfach monkeet aus dem nix gg's bro ok nice ich werd einfach monkeet bruder einfach so auf die Das war es auch mit dem Video Fazit dieses ganzen Cups ist Dass ich hätte earnings holen Hätte müssen Er ist echt ein bisschen unlucky verlaufen Aber was soll ich sagen Das Glück ist einfach nicht auf meiner Seite Aber ich werde immer weitermachen Und der Tag wird kommen Am besten noch in der Season Wo ich earnings holen werde Und wo der Fluch gebrochen wird Und ich immer wieder earnings holen werde Ja, gute Confidence Aber jetzt zum Ende ist auch mal der Zeitpunkt Kommt, liked dieses Video Abonniert diesen YouTube-Kanal Falls ihr es noch nicht getan habt Wenn ihr in Vorhand drin seid Und euch irgendwas kaufen wollt Oder so Oder einfach in den Itemshop geht Vergesst nicht Creator-Code KMR Macht mich einfach reich Und ich würde euch sagen Bis zum nächsten Video Haut da rein Und tschüssi